hallo und herzlich willkommen bei mir auf meinem kanal dies wird kein komplettes video wie ihr seht bin ich in der testwelt das ist bloß eine ankündigung dass heute circa 17 uhr werde ich auf twitch einen live stream starten einfach nur mal so jetzt so schnell mal gesagt und dann schauen wir mal ich denke ich habe alles soweit hinbekommen und wenn ich muss man das dann halt dann einstellen wie es nötig ist alles klar bis dann nachher